1000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island und Pinselschwert. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das hier ist ein anderer Blick auf den Adeptus Custodes und die Legio Custodes und alles, was rund um Erzählstrukturen mit den Custodes zu tun hat. Da werde ich ganz, ganz sicher auch ein bisschen in die Frage eingehen, warum Custodes eigentlich so wichtig für das Setting sind, aber auch und grundlegend erstmal die Frage stellen, ist die Einführung der Custodes eigentlich eine gute Idee gewesen? Und was tragen sie wirklich zum Setting bei und wo nehmen sie dem Setting vielleicht sogar ein bisschen was weg? Genau, bevor wir da aber in die ganze Sache hineingehen, wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir ganz, ganz hervorragende und großartige Affiliate-Links zum Games Island haben. Falls ihr also gerade in die 10. Edition Warhammer 40k einsteigen wollt oder Age of Sigmar oder Kill Team, Hive Storm, dann klickt gerne da drauf. Da gibt es zum einen vom Games Island Prozente, aber vor allem kriegen natürlich wir auch eine Kleinigkeit dann vom Games Island wieder und freuen uns da sehr drüber. Genau, jetzt aber rein in die Sache. Ich habe gestern erst gegen den Puschel gespielt, das ist ein Freund aus dem Games Island eben und wir haben miteinander Warhammer gespielt in Vorbereitung auf das Raccoon Rumble, 2000 Punkte, kompetitive Armeen und ich habe Black Templar gespielt. Das spielt man zur Zeit so ein bisschen mit 20er Trupps Schwertbrüder und einem 5er 4 No Pain, entweder durch Grimaldus oder durch Ternhauser Spawns und da konnte ich was relativ Bemerkenswertes beobachten, denn es geschah wie folgt. Ich habe so einen 20er Trupp in die Mitte geschoben und daraufhin sammelten sich zwei von diesen großen Custodes-Panzern, ein Terminator, sechs Custodes, irgendwelche Custodes, keine Ahnung, weiß nicht mehr ob es Wordens waren oder nicht und ein Blade Champion. Und die gaben wirklich ihr Bestes und die haben da reingeknödelt und die haben drauf geschossen und dann sind irgendwie diese sechs Custodes und der Blade Champion da reingerannt und ja, dann haben die Black Templar diese Leute umgebracht, also die Schwertbrüder, die noch übrig waren, weil sie überhaupt nicht genug im Beschuss getötet hatten und auch nicht genug im Nahkampf getötet und ich stand da so ein bisschen da und habe einen Puschel angeschaut und der Puschel hat mich angeschaut und wir haben so beide ein bisschen verlegen mit den Schultern gezuckt, weil wir ja letztlich wussten, dass das eigentlich gerade hätte deutlich anders laufen müssen und das ist jetzt nicht das allererste Mal, dass ich diesen Zusammenstoß mit den Custodes hatte. Natürlich ist mir klar, dass gerade wenn es um Warhammer 40k geht und das Spiel nur sehr, sehr wenig mit der Lord zu tun hat, was die Frage aufmacht, wie stabil ist jetzt eigentlich so ein Space Marine? Wenn wir uns Space Marine 2 anschauen, dann kann den quasi so gut wie nichts umbringen und wenn wir uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, Warhammer 40k 10. Edition anschauen, dann ist so ein Space Marine irgendwie beim leichten Anschauen schon so gut wie tot, geschweige denn, dass der irgendwie 100 Tyranniden bekämpfen könnte, ist einfach Quatsch. Und das trifft natürlich auch auf Custodes und eigentlich auf jede andere Art von Modell zu. Die Modelle machen einfach im Spiel nicht, was sie tun sollen. Und das persönlich stört mich eigentlich auch nicht so richtig. Manchmal hat man ja dann doch einen guten Tag, wo eines der Space Marine Modelle doch mal tut, was es soll und dann freut man sich ganz doll und denkt so, ah, jetzt war es zumindest mal kurz, so wie in den Büchern. Aber bei den Custodes kommt noch was dazu, was mich persönlich noch viel mehr stört, als die Tatsache, dass die Custodes nicht nur auf dem Spielfeld nicht diese Übermenschen sind, die sie eigentlich sein sollten, sondern sie haben meiner Ansicht nach auch ein narratives Problem und ein Betrachtungsproblem in der realweltlichen Perspektive. Wenn wir uns jeden Custodes einzeln anschauen, dann sind das quasi handverlesene Personen, die durch den Willen des Imperators oder wie auch immer es jetzt geschieht, wo der Imperator seit 10.000 Jahren auf dem goldenen Thron sitzt, das wird gar nicht so genau erklärt, auch im neuen Kodex nicht, die werden ausgesucht und werden mithilfe alter Alchemie aus dem düsteren Zeitalter der Technologie, mithilfe der Brillanz des Imperators und mithilfe von gestohlenen Gengeheimnissen zu diesem krassen, zu diesem Homo superior verwandelt. Es ist nichts Transhumanes mehr, was sie haben, sondern es ist letztlich eine Stufe darüber. Und dann war es zumindest bis vor kurzem so, bis der imperiale Senat zu Terra beschlossen hat, dass die, ja, dass letztlich die Custodes und ihr Wirken nicht mehr länger nur auf Terra beschränkt sein sollen und dass sie dann auch den Indomitus-Kreuzzug begleiten sollen, dass die Custodes sich innerhalb des imperialen Palastes aufgehalten haben, diesen beschützt und beschirmt haben und dass Custodes natürlich trotzdem den imperialen Palast verlassen haben, um irgendwelche Gefahren, die weit außerhalb des Palastes geschehen sind, schon mal im Keim zu ersticken, wenn ihre Prognostikare gesagt haben, hey, dort könnte ein Problem entstehen. Oder wenn die Augen des Imperators, also jene Custodes, die zu alt geworden sind, um in der Garde zu dienen, sich dann als Spione nach draußen begeben, wie auch immer das bei dreieinhalb Meter großen Übermenschen so geht. Aber am Ende ist es gar nicht wichtig, sowas in Frage zu stellen, sondern was mir da viel, viel wichtiger ist, ist quasi die große Frage, jetzt, wo der Adeptus Custodes entfesselt worden ist und auf den Schlachtfeldern des 41. Jahrtausends eingetroffen ist, was ist das eigentlich für eine Aussage oder was entsteht da an narrativen und dramaturgischen Problemen und wie genau können die auch vielleicht behoben werden oder was sind eigentlich Themen, die davon berührt werden müssten und die gerade im aktuellen Lore noch nicht mal so direkt angefasst werden. Ich glaube, am allerwichtigsten vorauszuschicken ist erstmal, dass Custodes in der Horus Heresy meiner Ansicht nach überhaupt kein Problem sind. Dort laufen Primarchen noch zwischen den Sternen, dort treffen Übermenschen noch aufeinander und in den Wirren der Horus Heresy sind die Custodes fantastisch verortet, weil quasi dieses Schwarz-Weiß-Setting letztlich überragend gut gezeichnet worden ist. Das Imperium, das von Horus angegriffen wird, ist ein Imperium, das vom Imperator, von Malkador, von Konstantin Valdor und von den Primarchen, die loyal bleiben, geleitet wird, tatsächlich ein Hoffnungsschimmer für die Menschheit sein kann. Bitte nicht falsch verstehen, auch die begehen krasses, die Kriegsverbrechen benehmen sich teilweise wie die letzten Arschnasen, aber mehrheitlich ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, das Imperium, das entstehen soll, wenn der große Kreuzzug beendet ist, ist ein Unternehmen, das es wert ist, erzeugt zu werden. Und erst die Horus Heresy verwandelt dieses erstrebenswerte Ziel, das mit militärischen Mitteln und unter großem Einsatz von Kriegsverbrechen und Waffen, die man besser im Schrank gelassen hätte, hergestellt werden soll. Ja, das wird erst durch die Horus Heresy letztlich pervertiert und dann eben an einen Punkt geführt, an dem es eigentlich sozusagen den Namen, der draufsteht, nicht mehr verdient, weil es nichts mehr mit der Idee, die der Imperator hatte, als er aufgebrochen ist, gemein hatte. Und insofern ist es auch überhaupt kein Problem, dass es während der Horus Heresy Kostodes gibt. Letztlich, solange der Herr der Menschheit existiert und seinen Willen über die drüber stülpen kann, ist es sogar ein Ticken geiler, weil es zur Grimm Darkness des 41. Jahrtausends beiträgt, weil in den Horus Heresy-Romanen eine Sache ganz, ganz fantastisch funktioniert, nämlich die Darstellung, dass jeder Kostodes eine Erweiterung des Willens des Imperators ist, dass du quasi, wenn du mit einem Kostodes sprichst, eine fast schon seelenentleerte Hülle eines Bedürfnisses vor dir steht und dass bestimmte sehr, sehr kluge Personen, wie zum Beispiel Basilius V, dieser Gen-Manipulator, der in der Siege of Terror-Reihe dann dabei ist, durchaus auch in der Lage ist, diese sinn- und zweckentleerten Kreaturen, in dem Moment, in dem der Imperator quasi nicht mehr da ist, um ihnen Anweisungen zu geben, auch durchaus gegeneinander zu manipulieren. Das gelingt ihm ja einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut in dem Moment, in dem die Kostodes ihn hinrichten wollen und ein Kostodes den Befehl hat, hey, du musst mich beschützen, bis über mich ein Urteil gesprochen ist und ein anderer kommt und sagt, das Urteil ist gesprochen und Basilius V dann sagt so, hm, aber ist diesem Kostodes eigentlich zu trauen, weil der hat ja seine Befehle auch nicht direkt vom Imperator gekriegt und du ja schon, das bedeutet, dein Befehl kann ja nicht durch den Befehl eines anderen Kostodes aufgehoben werden und so. Also es ist ein bisschen komplizierter als das, was ich da gerade präsentiere und auch nicht so clean cut, aber am Ende des Tages ist es eine sehr, sehr coole Romanszene, wo eben beschrieben wird, wie hilflos eigentlich Kostodes sind in dem Moment, in dem sie auf jemanden Klügeres treffen, der durchaus versteht, unter welchen Limitationen sie leiden und das natürlich gerade dieser Genetiker, Basilius V, einfach eine wahnsinnig geeignete Person für. Das bedeutet in der Horrors Heresy und der Zeit danach finde ich es total unkritisch, dass es Kostodes im 41. oder 31. Jahrtausendern eben gibt und dass das Spiel mit ihnen umgeht. Eine sehr andere Betrachtungsweise habe ich allerdings auf Warhammer 40k, muss ich sagen. Denn immer dann, wenn dort Kostodes auftreten, kommen selbst die begabtesten Schriftsteller der Black Library relativ schnell an ihre Grenzen. Und zwar deswegen, weil die Grundprämisse, das sind Übermenschen, aber es sind Übermenschen ohne einen Zweck. Wenn der Imperator ihnen keinen verleiht, dann haben sie keinen. Das wird immer mal wieder so ein bisschen angekratzt. Das wird in den Watchers of the Throne Romanen angekratzt. Das wird in den Geschichten um Nevradaran, da geht es um diesen Inquisitor Crow. Das wird immer mal wieder ein bisschen berührt, dass die Kostodes eigentlich auch nicht so genau wissen. Und jenseits der Tatsache, dass sie ganz genau wissen, dem Imperator darf nichts passieren. Und wenn dem nochmal was passiert, dann ist das mega schlimm für uns. Und deswegen sind wir bereit, alles zu tun und jede Schandtat über die Menschheit zu bringen, nur um das zu verhindern. Das ist soweit schon klar. Aber die Frage ist ja, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter, wenn ein Kostodes den imperialen Palast verlässt und sich sozusagen den militärischen Anstrengungen des Imperiums anschließt, weil sie in eine Welt geschmissen werden, in die sie überhaupt nicht reingehören und in die sie auch nicht reinpassen. Und da entstehen dann meiner Ansicht nach narrativ erstaunlich skurrile Brüche. Okay, der erste, über den ich da gestolpert bin, ist tatsächlich in der Dark Imperium-Reihe, wo Reboot Gilliman letztlich dann sagt im dritten Teil, hey, wir landen jetzt auf dem Planeten und wir stellen Mortarion und ich werde mit meinem Bruder kämpfen und ich werde das flammende Schwer des Imperators in den Rhein packen. Und der Kostodes-Chef, der ihn quasi begleitet, dieser Shield-Captain ist es, glaube ich, der schaut sich die Sache irgendwie an und geht so in seinem Kopf durch, ob Reboot Gilliman jetzt quasi gerade bereit ist, das Imperium in Gefahr zu bringen, nur um hier irgendwie selber ein bisschen irgendwie Leute abzustechen und geht in seinem Kopf durch, wie viele Kostodes es brauchen würde, um Reboot Gilliman zu bezwingen. Und er kommt zur folgenden Erkenntnis, es braucht zwölf von ihnen. Und wegen mir, schön und gut, ich bin bereit, das jetzt einfach mal zu akzeptieren, vielleicht verschätzt er sich auch ein bisschen, vielleicht stellt sich Gilliman auch absichtlich an manchen Stellen ein bisschen blöder an, um den zu täuschen. Die haben nicht unbedingt das einfachste Verhältnis. Ich bin bereit, die Zahl zu verdoppeln und zu sagen, wegen mir braucht es auch 24 Kostodes, um den Primarchen zur Strecke zu bringen, wenn der Typ das so fühlt. Aber es ist natürlich schon eine Sache, die zum einen Reboot Gillimans Präsenz infrage stellt, wenn etwas, was in Linientruppen sozusagen in den Schlacht geschickt werden kann, ihn so direkt stellen könnte. Und wenn es überhaupt eine Macht im Imperium gibt, die Reboot Gilliman im Nahkampf einen, nennen wir es mal, Stat-Check aufzwingen könnte und sagen könnte, hey, wir können unseren Willen notfalls gegen den Primarchen durchsetzen, weil wir ihn halt notfalls einfach zusammenhauen. Und das war aber so, da habe ich damals so mit den Schultern gezogen, mir gedacht, na gut, mei, ist jetzt halt so, passt schon irgendwie. Und genauso habe ich das auch gedacht, als die Korndämonen in den Watchers of the Throne Romanen den imperialen Palast zur Terra angegriffen haben und so einen Haufen Kostodes, einen Haufen Bloodthirsten besiegt hat. Und die hatten Hilfe von Grey Knights und den Anasama Psykana. Und das hat schon alles irgendwie so gepasst. Aber es war immer so, dass ich mir ein bisschen davor stand und mir gedacht habe, so irgendwie raubt die Anwesenheit dieser Personen dem Universum in Teilen seinen Schrecken. Und es liegt letztlich gar nicht daran, dass das solche Übermenschen sind. Das ist von meiner Seite her durchaus noch okay, wegen mir. Dann sind das halt irgendwie krasse Leute. Ja, also theoretisch hätte das ja auch immer alles in Space Marine sein können. Das nimmt sich irgendwie für mich nichts. Es sind halt die Helden in der Geschichte, die in ihre Introspektive ihre Chancen einschätzen und irgendwie müssen die auch gewinnen. Das passt schon. Aber ich finde diese Betrachtungsweise sozusagen, dass sie dastehen und sich selber als Erben eines erleuchteten Zeitalters verstehen. Also diese Arroganz, die sie mitbringen und gleichzeitig diesen Blick auf diese ganze Geschichte. Das finde ich so ein Kuriosum in Anbetracht der Tatsache, dass ein Wesen, das keinen Zweck kennt, außer den einen Zweck, dem Imperator zu dienen, von sich selber problemlos sagen kann, ich besitze keine Arroganz und keine Eitelkeit, sich aber dabei gleichzeitig arrogant und herabwürdigend für das, was da passiert ist, verhält. Das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die Reboot Gilliman nicht tut. Der schaut sich das an und sagt, hey, ich finde nicht geil, in welchem Zustand das Imperium ist, aber was ich absolut wertschätzen kann, ist die Tatsache, dass das Imperium überhaupt noch da ist. Also unter den Umständen, unter denen ihr kämpfen musstet und operieren musstet, dass es euch überhaupt noch gibt, das ist nicht nur ein kleines Wunder, das ist einfach mega, mega krass und ich freue mich voll, dass ihr da seid und dass ihr noch sowas ähnliches wie eine funktionale Struktur habt, die ich nutzen kann, um jetzt quasi dem Ganzen wieder ein neues Gesicht zu geben. Das ist super. Aber die Custodes blicken einfach nur darauf herab, weil sie sagen, hey, das ist nicht, was der Imperator wollte. Und ich bin bereit, ihnen diese Eigenschaft zuzuschreiben. Also zu sagen, hey, sie erkennen, dass der Zustand des Imperiums nicht der ist, den der Imperator wollte. Was sie dann aber lustigerweise überhaupt nicht machen, ist, diesen Zustand verändern, sondern im Gegenteil, dann werden sie wieder wahnsinnig singulär in ihrer Ausrichtung und sagen, ja, ich verurteile das Imperium, das ist hier alles irgendwie ein brennender Haufen Kot und nicht nur ist es ein brennender Haufen Kot, sondern ich mache die Situation jetzt auch aktiv schlimmer. Und das ist eine Sache, die sich meiner Ansicht nach dann auch noch extrem eklig mit der Idee beißt, dass man den Custodes dieses Vorurteil gegen Space Marines gegeben hat, dass sie sagen, hey, Space Marines haben die Horus Heresy ausgelöst und weil Space Marines die Horus Heresy ausgelöst haben, sind die quasi grundlegend nicht nur nicht vertrauenswürdig, sondern wir können sie auch noch behandeln wie Dreck. Und das war der Moment, wo ich tatsächlich lustigerweise das mit dem letzten The Tides, mit der Episode, wo eben auch diese weibliche Custodes auftaucht, verbunden habe, weil ich habe mich überhaupt nicht an der weiblichen Custodes gestört. Da halte ich es sehr mit dem Kilian von Hobby Hotel, das fand ich ziemlich geil. Sondern was ich eigentlich richtig, richtig kacke fand, war die Tatsache, wie die sich gegen den Space Marine benimmt. Also du musst dich ja aktiv anstrengen, damit der Space Marine die menschlichere Person von den beiden ist und du eher auf der Seite des Space Marines wärst, der hier loyal seinen Dienst verrichtet, gegen die Tyranniden kämpft und um da ganz kurz zu spoilern, es kommen quasi eben eine Anasama Psykana und eine Custodes auf diesen Planeten. Die Space Marines halten den, weil sie den Einwohnern dieses Planeten vor Jahrtausenden versprochen haben, dass sie sich vor allem Schaden bewahren werden. Die Anasama Psykana holt die ganzen Psionika ab, dabei kommt es zum Kampf gegen Tyranniden und am Ende kommt dann eben die Custodes hin und sagt, hey, auf Befehl weiß man nicht ganz genau, wessen könnte Reboot Gilman sein, ist aber nicht ganz raus, werden wir nun den Exterminatus über eine Reihe an Welten bringen, um quasi die Tyranniden weg von Terra zu locken und uns Zeit zu erkaufen. Und der Space Marine sagt halt so, alter, wir haben hier heilige Eidee geschworen, um irgendwie diesen Planeten zu bewahren und hier unser Blut gelassen und die Custode sagt so, ja, das interessiert leider keine Sau. Der Planet wird geexterminatust, bitte den ganzen Orden jetzt in den Orbit, damit es euch nicht mit erwischt, weil euch brauchen wir noch. Und als sie dann geht, sagt sie quasi, hey, stellt quasi der Anasama Psykana die Frage, hey, warum bist denn du eigentlich so? Und sie sagt halt dann einfach, die Custodes sagt dann, hey, Space Marines verdienen das eigentlich nicht besser. Die sind letztlich dadurch, dass sie die Horus Heresy ausgelöst haben, kannst du mit denen eh nicht gescheit reden. Und die sind sowieso nicht vertrauenswürdig und alles Mögliche. Und ich finde, die Kombination aus diesen Eigenschaften, also dass sie so wahnsinnig dünkel behaftet auf der einen Seite, aber so krasse Übermenschen auf der anderen Seite sind und dass sie den einen Teil des Imperators offensichtlich nicht mit nachvollziehen können, nämlich den Teil, wo der Imperator tatsächlich das Beste für die Menschheit wollte und dass sie diesen Teil seiner Persönlichkeit einfach komplett wegignorieren und dass der stattdessen ersetzt wird durch, hey, du hast wahnsinnig elitäre Übermenschen, die letztlich aus einem anderen Zeitalter sind und du hast 10.000 von denen und gleichzeitig sind die aber in manchen Bereichen leider einfach zu dumm, um zu kapieren, was sie wirklich tun müssten. Das macht ein Problem für mich auf, weil es einfach einen inhärenten Widerspruch bildet, der sich nicht mit dem klassischen Wormer 40K-Thema erklären lässt. Weil im klassischen Wormer 40K-Thema funktioniert das Ganze so, warum sind Space Marines nach 10.000 Jahren nicht mehr so hilfreich, wie sie es mal waren? Dann, naja, die haben letztlich sowohl auf einer administrativen Ebene krasse Veränderungen hinter sich, gerade durch den Codex Astatis, aber auch durch die Tatsache, dass sie halt einfach zerteilt worden sind und keine Legionsgrößen mehr bilden können. Und auf der anderen Seite sind sie aber natürlich auch, was militärische Ausrüstung und solche Dinge angeht, einfach längst nicht mehr so unabhängig wie früher. Das bedeutet, dazu kommt dann noch natürlich die ganze kulturelle Veränderung und die Mutation der Gensaat und jade, jade, jade. Das bedeutet, Warhammer erklärt mir wunderschön, warum der Space Marine im 31. Jahrtausend die Überwaffe war, mit der man die Galaxis einigen konnte und der Space Marine im 41. Jahrtausend. Jemand ist, bei dem du froh sein kannst, wenn er überhaupt auftaucht, wenn du Hilfe brauchst. Das kann ich nachvollziehen. Und genauso ist es mit dem Rest der Menschheit. Aber die Custodes hat man einfach in eine Starre gepackt und hat gesagt, welche drei fixen Ideen könnten die jetzt in 10.000 Jahren entwickelt haben und sind dann auf folgende Ideen gekommen. Der Imperator muss um jeden Preis geschützt werden und es ist egal, wie scheiße wir uns dabei benehmen. Okay, macht Sinn. Das Imperium, das entstanden ist, ist ein brennender Haufen Kot und wir schauen da mega drauf herab, obwohl wir eigentlich nicht zu arroganzfähig sind. Dabei wird natürlich ignoriert, was der Imperator in Wirklichkeit wollte und offensichtlich sind die Custodes zu dumm zu erkennen, was er in Wirklichkeit wollte, nämlich einen Ort, an dem die Menschheit besser und in Frieden als Herrn der Galaxis leben kann. Und dass die Custodes nichts, aber auch gar nichts tun, um diesen Zustand herbeizuführen, sondern immer wieder nur beschwören, wir ziehen da nur raus, um den Imperator zu beschützen. Oder jetzt, Trajan Valores hat es ja in Teilen schon geändert, aber es bleibt halt trotzdem so als Botschaft oft hängen. Das finde ich einfach teilweise nicht gelungen. Und das Dritte ist, Space Marines sind irgendwie ein bisschen kacke. Und auch da, ich verstehe, wie man als Schreiber auf die Idee kommen kann, sowas aufzumachen, aber ich finde es halt tatsächlich ein bisschen simpel. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass man da ein bisschen reflektierter drauf schaut und sagt, ja, die Space Marines der Horus Heresy, die waren nicht das Gelbe vom Ei, aber es gibt halt einfach mittlerweile Orden, die so loyal sind und die in 10.000 Jahren dem Imperium die Treue gehalten haben, dass das, was in der Horus Heresy passiert ist, eigentlich für die Custodes kaum noch eine Rolle spielen sollte. Aber dazu sind die offensichtlich, also entweder sind die nicht in der Lage, ein Geschichtsbuch zu lesen und zu sagen, hey, die Space Wolves sind offensichtlich wirklich treu, weil die hatten genug Gelegenheiten überzulaufen und sie haben es immer noch nicht gemacht, ähnlich wie die Blood Angels. Oder man hält sich da eben aus narrativ-dramaturgischen Gründen an irgendwas fest. Und das finde ich, wie gesagt, ein bisschen, ich finde es einfach schade. Vor allem finde ich es schade, weil die Custodes an sich eine wahnsinnig geile narrative Idee sind. Also dieser Übermensch könnte ja problemlos versuchen, tatsächlich das Imperium zu bessern und an dem menschlichen Aspekt scheitern. Und das fände ich quasi als eine kleine Reproduktion des dramaturgischen Themas des Imperators. Er zieht los und will es besser machen, aber die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen und deren Emotionen lassen sich nicht in eine Linie mit seinen Notwendigkeiten, den Plan durchzuziehen, bringen. Das könnte man ja wunderbar in den Custodes reproduzieren, aber das macht irgendwie keiner, sondern stattdessen scheitern die ständig letztlich an sich und ihren eigenen, meiner Ansicht nach, menschlich nicht unbedingt nachvollziehbaren Schwächen. Und das finde ich eigentlich dahingehend schade, dass das andere mir persönlich dramaturgisch viel, viel besser taugen würde. Eine andere Sache, die die Custodes auch irgendwie so ein bisschen im Widerstreit laufen lassen, ist natürlich, dass die pure Existenz der Custodes auch Figuren wie Fabius Bile oder wie Belisarius Kohl manchmal so ein bisschen in den Schatten stellt, weil Fabius Bile hat jetzt gerade quasi den Übermenschen entwickelt, aber der Imperator hat es halt einfach vor ihm gemacht. Und da finde ich auch, ist es so ein bisschen, lustigerweise macht es Fabius Bile auf der anderen Seite cooler, weil der ist zumindest so ehrlich zu sagen, hey, meine Übermenschen werden erst frei sein, wenn sie mich umgebracht haben. Ich kann den Tag kaum erwarten, dass die mich killen und sich endlich von mir frei zu machen. Während der Imperator ja sagt, hey, nur ein gehorsamer Custodes ist ein guter Custodes und ich verhindere aktiv durch psionische Kraft, Alchemie und Hypnoindoktrination, dass sie jemals an was anderes denken können, als daran, wie man mich glücklich macht. Und ganz, ganz zum Schluss ist natürlich aber auch gerade dieses wahnsinnig krasse Thema der Überhöhung der Custodes auch eines, das macht, dass man auf die natürlich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise draufschaut. Warhammer war immer eine Ermächtigungsfantasie. Und in dieser Ermächtigungsfantasie waren Space Marines quasi ganz, ganz lange so die Spitze dessen, was man sich so fantastisch erträumen konnte. Und irgendwie, für mich ist es auch immer noch so, ich wäre hundertmal lieber, okay, das klingt weird, ich wäre hundertmal lieber ein Space Marine als ein Custodes, weil ich Custodes manchmal im Lore ziemlich seelenlos finde. Und irgendwie ist es cooler, Space Marines passen meiner Ansicht nach besser ins Warhammer 40k-Universum. Da ist was Dreckigeres, was Verbrauchteres, was Kaputteres und was, was, ich freue mich mehr, wenn ein Space Marine seine Feinde überwindet, als wenn es ein Custodes tut. Weil beim Custodes ist es eingebaut und ein Space Marine muss trotzdem noch, der ist halt gerade so equipped mit dem Universum umzugehen, während ein Custodes so über diesen Dingen steht. Das hat man jetzt auch gut an dem Verlauf der Leviathan-Storyline gesehen. Sola Leontus sammelt die White Templar, sammelt alles, was irgendwie Beine hat und stellt sich da auf Sanktum, den großen, bösen Norn-Emissary und alles ist irgendwie mega krass. Und dann kommt halt Trajan Valoris und rettet den Tag. Und normalerweise bin ich echt ein Freund dieses Kavallerie-dramaturgischen Moments, wo dann sozusagen im letzten Moment noch eine rettende Einheit eintrifft oder sowas. Aber als es die Custodes waren, hat mich das irgendwie nicht mitgerissen. Und ich glaube, das liegt daran, dass letztlich sie mir einfach auf die falsche Art unmenschlich vorkommen, während mir Space Marines auf die richtige Art unmenschlich vorkommen. Und das ist was, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es sich ändert. Lustigerweise ist es bei Valerian durch den zweiten Roman jetzt eigentlich schon fast so weit gewesen. Und jetzt schreibt irgendwie keiner einen dritten Roman. Ich hoffe, der kommt bald raus, weil ich finde, da hat man diese Überheblichkeit langsam durch Alaya, die ja die ganze Zeit neben mir steht und es quasi callt und sagt, hey, du bist gerade arrogant, mir ist egal, ob du denkst, dass du arrogant bist oder nicht. Ich sage dir als normaler Mensch, der neben dir steht, dein Verhalten geht gerade gar nicht. Und ich finde das einen dramaturgisch schönen, ja, einen schönen Move einfach, dass man hingegangen ist und gesagt hat, diese Person kriegt jetzt jemanden an seine Seite gestellt, der ihn die ganze Zeit konfrontiert mit der Frage, wie shitty bist du eigentlich, sodass Valerian einfach ganz, ganz viel an Spielraum verliert, weil er sich eben nicht mehr bequem auf sein hohes Rost zurückziehen kann, weil sobald er versucht, das zu machen, kommt quasi diese Anasamapsaikana und zerrte ihn wieder runter und sagt, Alter, komm sofort wieder hier in den Dreck zu den anderen von uns. Du bist nicht besser. Und ich sage dir, du bist nicht besser und du musst es dir anhören, weil du und deine Brüder haben mich und meine Schwestern vergessen. Korrekterweise du und deine Brüder und Schwestern haben mich und meine Schwestern vergessen. Und so ist es richtig. Genau. Und eigentlich finde ich da diese Entwicklung sehr, sehr schön. Und wenn man dahin den ganzen Adeptus Custodes bewegen könnte, dann glaube ich, wäre das was, was für mich persönlich ansprechender wäre. Genau. Das waren so meine Gedanken zu den Adeptus Custodes jetzt nach der aktuellen The Tides-Folge und nach ein paar Warhammer-Spielen gegen Custodes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit zuzuhören. Wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dir.